Na alle zusammen, hier ist wieder Hotella und schau mich wieder für euch in Battle for Assert unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder ein kleines Opening-Video, heute mit Doppelbären-Action hier auf der Windika, zweimal TLA am Start. Und wir wollen wieder ein paar Schulter-Token öffnen, um zu gucken, ob wir die Xavius-Schultern da rausziehen können. Ich würde sagen, wir starten gleich durch. Ich habe jetzt die letzten Tage, beziehungsweise heute, einige von diesen Agonit-Geschichten gefarmt. Mit Gammeltwings dauert das tatsächlich relativ lang, sich da durch die Invasionen, beziehungsweise die Rares zu schnetzeln. Aber ich habe es hinter mir und jetzt hoffen wir, dass ich die netten Xavius-Schulden rauskriege. Wir fangen mal an und haben mit dem Jar hier zwei Stück. Und diesmal kaufe ich nicht wieder die Kapuze, sondern ich kaufe die Schiftungen. Ich kann mir hier sogar zwei kaufen, habe ein bisschen mehr. Jetzt schauen wir mal, ob wir was rauskriegen. Xavius-Schultern. Okay, die ersten Schultern waren schon mal nichts. Wir haben hier was aus Nighthold. Das hatte ich schon, brauchen wir nicht. Nummer zwei ist irgendwas von... Okay, da steht nur der Händler dran. Okay, war leider auch nichts. Dann können wir hier gleich schon mal ausloggen. Ich habe schon einige Chars vorbereitet, die auf der Windika stehen, mit denen ich mich durchgeprügelt habe. Das Ätzende ist teilweise, man muss mit Chars, wo man damals halt nicht gespielt hat, erstmal die Windika freispielen und dann zugleich halt noch einige Quests, dass man halt erstmal die Dailies bekommt. Nichtsdestotrotz habe ich das jetzt mit X Chars gemacht. Ich glaube so zehn auf beiden Accounts. Und ja, jetzt würde ich sagen, starten wir mit dem hier weiter durch. Mit dem haben wir auch ein paar Punkte. 815. Und dann können wir das nächste Schulter-Token kaufen. Zack. Nummer drei an der Stelle. Komm, gib mir die Xavier-Schultern. Die sind halt hier auch relativ selten, ne? Durch den Händler. Ich habe jetzt mal geguckt. Es sind irgendwie 140 Items, die aus den Schultern rauskommen können. Bei vier verschiedenen Rüstungsklassen. Ich glaube so um die 39-Leter-Sachen sind es. Auf WoW-Head werden die Xavier-Schultern übrigens nicht angezeigt. Ich habe nämlich nachgeguckt. Aber da sind x Kommentare, und ich vertraue denen jetzt einfach mal, die sagen, die können da droppen. Ja, also wir vertrauen dem Ganzen jetzt mal. Verkaufen die auch. Das ist wieder irgend so ein Missgier. Und loggen hier auf dem Zweiter-Account auch mal weiter. Und ich müsste... Ja, ich habe die alle auf der Windika hoffentlich stehen lassen. Nicht, dass wir gleich wieder hinlaufen müssen. Das wollen wir nicht. Ich kann euch übrigens auch gleich nochmal... Ihr seht hier. Die sind alle... Meine ganzen Leder-Chars zumindest. Ich kann das ja nur mit Leder-Chars machen. Mit den anderen macht es tatsächlich keinen Sinn. Weil die würden ja nicht die Xavier-Schultern rauskriegen können, ne? Ist ja ein Leder-Item. Was ich euch zeigen wollte, wie die aussehen. Falls ihr das nicht kennt. Und zwar hier Legion. Die droppen ja eigentlich im Smart-Grün-Albtraum. Dem ich auch jede Woche abfarme. Mit Main zumindest. Ab und an noch mit 1, 2 Twings. Und zwar das sind sie. Sie sehen relativ cool aus, wie ich meine. Das Problem ist halt, sie droppen extrem selten, ne? Und ich habe schon von mehreren Leuten aus dem Streamgold gehört, dass sie mehrere hundert Tracks gebraucht haben. Und viele raten mir tatsächlich dazu. Macht es lieber über den Händler. Das geht schneller. Wir werden sehen. Ich mache beides. Und ja, wir gucken einfach mal, ob wir es rauskriegen. So, 3 Stück haben wir aufgemacht. Das müsste dann Nummer 4 sein. Oh, hier war noch eine Kiste. Gibt es nochmal ein bisschen Ordens-Ressourcen. Kann man nie zu viel haben von denen. Ah, schade. Ich kann mir leider keine 2 Stoltern kaufen. Also das ist Nummer 4 dann. Schauen wir mal. Äh, was ist denn das? Irgendwo aus einer Asuna-World-Quest-Item. Naja, gut. Das kann ich mir in die Haare schmieren. Das brauchen wir nicht. Das können wir gleich mal weghauen. Schade. Gut, dann loggen wir hier wieder weiter. Schade, schade. Ich dachte mir, jetzt kommt es vielleicht. Aber ich habe mir wirklich viel gefarmt. 10 wollen wir jetzt in der Aufnahme aufmachen. Und dann, ja, hoffe ich, dass ich es mal kriege. Gut, hier sind wir schon eingeloggt. Auch selbstverständlich auf der Windika. Was hat denn der Char hier an Punkten? Bop, 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 bop. 700. Okay, kann er sich gerade so eins kaufen? Also ich habe einige Chars, die sind so equippt. Nur so 400 und ein bisschen was. Damit ist es kein Stress, ne? Aber ich habe halt auch ein paar Chars equippt, die gerade über Itemstufe quasi 300 sind. Und da dauert es dann tatsächlich schon lange, da irgendwas umzuhalten. So, jetzt muss ich gucken. Kapuze. Ich finde, die Kapuze sieht irgendwie auch aus wie eine Schulter. Deswegen, ja, das letzte Mal ein falsches Item gekauft. Das hat mich doch ein bisschen geärgert. Dann wandeln wir das mal um. Und? No, was ist denn das für ein Scheiß? Das ist auch wieder irgendein Item von dem Händler. Das brauchen wir auch nicht. Das war jetzt Nummer 5. Dann können wir hier auch weiter loggen. Sehr schade an der Stelle. Fünf Stück haben wir noch. Halbzeit ist quasi jetzt. Loggen wir einmal um. Wo haben wir denn? Hier haben wir noch einen Char. Mit dem anderen bin ich schon am einloggen. Ich habe ja mittlerweile 10.000 Addons mit drauf, ne? Also auch mit einem zweiten Account. Das dauert das Reloggen immer. Deswegen versuche ich jetzt immer mit dem einen auszuloggen, mit dem anderen einzuloggen. Um das so ein bisschen fixer zu gestalten. So, Dalla. Wie viel haben wir denn mit dir? Der hat hier auch... Ach nee, das sind die falschen Punkte. Halt. Hier, 797. Okay, da kann ich mir auch nochmal eins kaufen. Nummer 6 müsste das sein. Komm. Jetzt aber. No. Wieder nichts. Ich habe mir ja erst hier noch Schuhe gefarmt, ne? Es gibt ja hier alle möglichen Tokens. Und es gibt auch einige Items tatsächlich, die du hier bei dem Händler gambeln kannst, die es nur aus dieser Quelle gibt, die es aus keiner anderen Quelle gibt. Die Xavio-Schultern könnte man jetzt sagen, okay, die droppen zumindest noch, ja, bei dem Boss, ne? Im HC und im Mythic-Modus. Aber diese Schuhe, die ich da ursprünglich gegambelt habe, die sind wirklich nur aus der Quelle. Oder vielleicht wurde auch die Quelle removed, wo sie ursprünglich gab, das weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall hat man sie jetzt nur noch aus der Quelle gekriegt. Und da habe ich auch, weiß ich nicht, 20, 30 Tries gebraucht, bis wir die Schuhe hatten. Und jetzt bin ich halt an den Schultern dran und ich dachte, komm, machst du da mal noch weiter. Aber ich glaube, das ganze andere Zeug müsste ich haben. So, jetzt haben wir sechs Stück aufgemacht. Das müsste Nummer 7 sein. Wahrscheinlich haben wir mich zwischendrin wieder verzählt. Komm. Nummer 7. No, was ist denn das? Das ist irgendein Monk hier. In den PvP-Gladdy-Season irgendwas gedöhnt. Das brauchen wir natürlich leider auch nicht. Hier habe ich übrigens auch noch eine Waffe gekriegt. Es gibt aus den Invasionen, die musst du ja für die, ja, Dailys, beziehungsweise, ja, ne, Weekly-Quests sind, wo es ja die Punkte gibt, musst du ja auch die Invasionen machen. Oder diese Invasionspunkte. Und da gibt es auch Waffen, die relativ selten sind. Da habe ich hier mit dem Monk diese Waffe rausgezogen. Gar nicht schlecht. Also das brauche ich zwar nicht für meinen Drill-Transmog, aber so für allgemein ein Transmog-Item mehr ist auch nicht schlecht zu haben. Also, da hatten wir Nummer 7. Dann loggen wir hier weiter. Ähm, 3 Stück müssten wir dann noch haben. Dann, der steht auch noch an Torus. Genau, dann loggen wir auf den ein. So, dolla. Da habe ich doch hoffentlich mal einen Char, der noch mehr als ein Ding kaufen kann. Ne, dann kaufen wir mit dem Nummer 8. Es bleibt mir immer ein bisschen mehr über. Also heißt, nach ein paar Wochen kann ich mir dann 2 Sachen immer kaufen mit den Char. Ne, immer wenn ein bisschen mehr über bleibt, die Rares droppen auch was. Theoretisch könnte ich mir, auch indem ich die Rares und die Schatzkisten alle aufmache, noch mehr Sachen holen. Aber das rentiert sich vom Zeitinvestment tatsächlich nicht. Schaut ihr an, der hat auch so eine Waffe gekriegt, ne. Oder ist das, äh, das könnte vielleicht auch eine Waffe von einer Legion-Invasion sein. Das, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Doch, hier, Legion-Invasion. Und das mache ich ja mit den Chars unter anderem auch noch. So, wo ist jetzt das Item? Oh, ja, habe ich nicht gekauft. Doch, habe ich... Ah, da ist es halt ein bisschen gehangen. Okay, das müsste Nummer 8 sein. Mh... Ich dachte mir halt so 1 zu 40, 1 zu 30, irgendwie so müsste die Chance sein. So langsam müsste ich doch mal Lack haben. So langsam. So, dann haben wir noch 2 über. Drückt mir die Daumen. Ähm... Telari, habe ich den geskippt? Kann das sein, weil der steht in Dalaran? Ich glaube, den habe ich geskippt, weil ich die Quest nicht hatte, ne. Da habe ich noch gar nicht angefangen. Skippen wir den mal. Und dann schauen wir mal mit dem Twink hier Interstellar. Na, schau, der hat... Der kann fast 2 aufmachen. Also 650 brauchst du für ein Ding. Für 2 dann halt 1300, ne. Aber das nächste Mal kann ich dann wahrscheinlich 2 Stück aufmachen. Ich hoffe, ein nächstes Mal sollte nicht vonnöten sein, weil wir es natürlich jetzt kriegen werden, auf Ansage. Na? Komm, 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 bitte. Ah, schon wieder nix. Ein Ding haben wir noch. Einmal looten und dann ziehen wir es auf mich raus. Oh, was haben wir da noch? Ah, okay, das ist schlechter. Mit den Chars laufe ich halt auch unter anderem die Raids im Moment in BFA, um mir ein bisschen Transmok zu holen. Deswegen haben die Chars alles mögliche rumflacken. Irgendwann muss ich mich jetzt dann doch mal durchringen und die aufräumen vor Shadowlands. Das ist zumindest geplant, aber ihr kennt das ja. Man schiebt das gerne so ein bisschen raus. So, dann letzter Char an der Stelle. Das müsste jetzt... Hat der auch nochmal... Ah ja, genau. Einen Teil kann er aufmachen. Das müsste Nummer 10 sein, falls ich mich jetzt nicht verzählt habe. So, okay. Nochmal Daumen drücken, Leute. Wo haben wir es? Hier, Schulter. Nicht am Schluss noch schwach werden in versehen, nicht den Kopf kaufen. Komm, 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 komm. Oh boy, das war mal wieder eine ganz schöne Nullnummer. Schade, nix gedroppt. Schade, schade, schade. Alles umsonst. Naja. Uh, was haben wir hier? Ach so, das ist Monk. Okay, ich wollte gerade sagen, warum habe ich was nicht collected in der Ding? Ah, das ist von einer anderen Rüstungsklasse. Okay, gut, das war leider nix. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, ich sammle jetzt wieder noch ein paar Agonit. Und dann sehen wir uns wieder, wenn wir die raushauen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.